Was erzähle ich Ihnen jetzt? Das Bild ist ein ganz berühmtes Gemälde. Und zwar ist das gemalt von Diego Blasquez. Das ist der große Maler des 17. Jahrhunderts. Das war ein Rotmaler vom spanischen Töne. Ich heiße Rothraud Krall. Ich bin Kunsthistorikerin und habe seit Ende meines Studiums im nahe Verhältnis des Kunsthistorischen Museums in der Kunstvermittlung gearbeitet. Und da bin ich heute auch tätig in der Abteilung Kunstvermittlung und ich habe eben die Aufgabe, Führungen und Programme für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und anderen Beeinträchtigungen zu entwickeln. Also bei uns im Haus gibt es die Tastreliefs. Das war das Projekt aus dem Jahr 2010. Wir haben drei Gemälde in Tastreliefs derzeit umgesetzt. Ein Gemälde von Albrecht Dürer, Raphaels Madonna im Grünen und Jean Fouquet, der Hof Nagonela. Ein Gemälde von Albrecht Dürer Die schönsten Erfahrungen sind immer die spontanen Reaktionen. Ich merke sehr, sehr schnell nach den ersten Sätzen, ob ein Besucher oder Besucherin mit den Tastreliefs zum Beispiel zurechtkommt. Und es ist diese spontane Offenheit, die die Menschen haben. Das ist etwas, was wirklich berührend ist. Ich kriege oft Mails dann, Dankes-Mails. Zum Beispiel eine Dame, die mir geschrieben hat, sie war so oft im Museum und durch ihre fortschreitende Makuladegeneration ist sie praktisch zu 100% blind, kann allein nicht mehr ins Museum gehen. Und sie hat durch die Führungen wieder die Möglichkeit, Gemälde zu erleben oder auch Kunstkammerobjekte zu erleben. Das ist etwas, was wirklich immer unglaublich bereichernd ist. Und Kinder sind natürlich auch unglaublich dankbare Gäste. Da hatte ich eine Gruppe vom Bundesblinden Erziehungsinstitut, wo ja die Kinder geschult werden. Und da war ein persischstämmiges oder iranstämmiges Kind dabei. Eigentlich kein Kind, das war ein Jugendlicher von 14 Jahren, geburtsblind. Und ich habe für die Kinder unglaublich viele Tastobjekte mit, von Kokosnuss, Bergkristall und was halt geht. Und unter anderem haben wir auch einen Teil eines echten Stoßzahnes von einem Elefanten, weil aus Elchenbein viel gemacht wird. Und er steht dann neben mir, wo die anderen gerade was tasten und flüstert so zu mir, ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas erleben darf. Das geht einem unter die Haut. Das geht einem unter die Haut. Ich heiße Rotort Kahl. Ich bin Kunsthistorikerin und möchte Menschen mit Sehbeeinträchtigung Kunst erlebbar machen. Ich heiße Rotort Kahl. Ich heiße Rotort Kahl. Ich heiße Rotort Kahl.